Boah, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen nervös bin ich. Ich treffe mich gleich mit ein paar wichtigen Leuten von Bucher und Sutter und Calabrio zum Thema Quality Management im Service Center. Und ihr wisst ja, wer Quality redet, sollte auch Quality aussehen, ne? Unsere Leitung macht richtig Druck und sieht im Quality Management riesiges Potenzial. Stichworte Net Promoter Score Optimierung. First Call Resolution und ganz wichtig, DSGVO. Die Lösung kommt übrigens von Calabrio und wird von Bucher und Sutter implementiert. Das sind absolute Profis. Die sagen zwar nicht immer, was sie wissen, wissen aber immer, was sie sagen. So, jetzt geht's los. Ah, perfekt. Alright, show on.